Ich bin an die Demo gekommen, weil ich die Türen spüren, egal in welchem Sektor, sei es der Strom, also meine Nebenkosten oder Mieten gehen hoch, auch Lebensmittel gehen extrem hoch und aber mein Lohn bleibt eigentlich gleich und ich muss aber die gleiche Leistung oder sogar noch mehr leisten für den gleichen Lohn und das finde ich einfach nicht korrekt. Ich bin heute hier an der Demo, weil ich arbeite in einer Kita in Luzern. Wir haben viel zu wenig Personal und es ist nicht gerechtfertigt die Verantwortung, die wir tragen für den Einkrieglohn, den wir im Monat bekommen. Wir übernehmen zu viel Verantwortung für die Kinder und zusammen müssen wir jetzt zu stark sein und für mehr Lohn kämpfen. Und die Leute, 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 die Leute,